Passt auf Leute. Der da? Okay, aber jetzt kommt's. Schwarz? Ein schwarzer Glitzer-Lippenstift? Ich musste es tun. Ich mein, schaut mal alleine, wie süß das Packaging ist. Und wenn der jetzt nicht schwarz... Er ist nicht schwarz! Hä, warte kurz. Ich dachte, er ist schwarz, aber er ist eigentlich so dunkelblau-lila-pick. Oh mein Gott, er ist eigentlich noch geiler. Holy, das ist der geilste Lippenstift, den ich, glaube ich, je gesehen habe. Oh! Okay, das ist gar kein Lippenstift, sondern ein Lip-Barn, aber wir tragen ihn einfach mal auf. Wie wird der bitte aussehen? Oh! Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber irgendwie nicht das. Also, er schimmert sehr schön. Er sieht ein bisschen so aus, als wären meine Lippen abgefroren. Trotzdem geil.